Was geht ab, Leute? Ich hab fast den Shop verpasst, aber hey, hallo, was geht? Ich bin da, pünktlich, hallo, hoi, hey, hey, wow, wow, was ist das? Hä, haben wir was Neues am Start? Bin ich verwirrt, oh, okay, okay. Ähm, ich glaube nur eine neue Sache, wie ich jetzt sehen kann. Okay, ich würde sagen, wir fangen wie gewohnt auf der rechten Seite an und arbeiten uns weiter. Also, Freunde, als allererstes haben wir hier die Magma-Lackierung für 700 V-Bucks, die ich persönlich jetzt eigentlich ganz nice finde, war 13 Mal im Shop, 25 Tage lang war das nicht mehr drin gewesen. Und dann haben wir schwer beschäftigt für 500 V-Bucks, war zuletzt vor einem Monat drin gewesen, 12 Mal insgesamt im Shop. Wir haben Schnorchel-Obser am Start für 1200 V-Bucks, war zuletzt vor 40 Tagen drin gewesen, 33 Mal insgesamt im Shop. Dann haben wir hier Ragequid, 200 V-Bucks, war zuletzt vor 20 Tagen drin und 11 Mal insgesamt im Shop. Dann haben wir hier die Biest-Schützen für 800 V-Bucks, war zuletzt vor 18 Tagen drin gewesen, 10 Mal insgesamt im Shop. Dann haben wir heute einen neuen Emote, glaube ich, ich bin mir gar nicht sicher. Ne, Mann, ne, der ist alt, der ist alt. Moment, ich muss mal kurz nachschauen. Ja, tatsächlich, Freunde, der war zuletzt vor 30 Tagen drin gewesen. Ah ja, okay, habe ich wohl was Grobes übersehen. Aber halb so wild, fangen wir hier auf der linken Seite an. Schlotter haben wir hier, Eisschwingen dazu, 37 Tage lang war die nicht drin gewesen, 7 Mal insgesamt im Shop. Passend dazu haben wir nochmal die Frostschneide, finde beides irgendwie nicht so nice. Dann haben wir hier schon ein bisschen was Interessantes, und zwar Goldie mit dem Hauen und Klauen Rückenaccessoire. Der Skin plus das Rückenaccessoire sieht mega nice aus. Und die Spitze sind eigentlich auch ganz cool, war zuletzt vor einem Monat drin gewesen, 2 Mal insgesamt im Shop. Dann haben wir hier noch den hästigen, ekelhaften Sumpfmann, der mittlerweile vier verschiedene Versionen hat. Der war 14 Mal bis jetzt insgesamt im Shop und zuletzt vor 40 Tagen drin gewesen. Soviel auf jeden Fall hier zum Battle Royale Modus. Wir switchen in den Reddity Welt Modus und schauen uns dann dort nochmal um, was wir denn so erhalten haben. So Leute, im Lama Shop haben wir heute das Anhänger Lama für 200 V-Bucks. Muss nicht sein, muss nicht sein. Deswegen lassen wir die Finger davon hier, ist weiterer Lines gleich geblieben. Das ist das Video, wie wir das Video gewesen haben. Weiter zurück auf den Kanal, den Kanal und den Daumen. Dafür geht es nicht so ab und den Kanal zu aktivieren. Ich wäre dann noch raus und den Gehreit für ein Frags. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.